Ich kann es noch nicht begreifen, wie wir hier ausgeschickt sind. Ja, wenn wir ins Finale wollen, müssen wir eh jeden schlagen. Die Geschichten schreibt der Fußball auf alle Fälle. Die Mädels haben 90 Minuten alles gegeben. Es ist einfach nur geil, dass wir jetzt 3-2 gewonnen haben. Ja, das ist natürlich irgendwie so ein Schicksal, ne? Man schwebt im siebten Himmel. Ich kann es noch gar nicht beschreiben, Trost. Ja, wir waren über 90 Minuten, klar überlegen. Unglaublich, das ist ein geiles Gefühl. Unglaublich, das ist ein geiles Gefühl. Ich hoffe, dass es nicht ganz erheftet wird, wie letztes Jahr. Wir wussten, dass es schwere Gegner sind und so ist es auch gekommen. Ja, ich denke mal, die Mädels können dann von mir natürlich auch ein bisschen was lernen. Gegen Tschechien hat es gereicht. Fünf Tore. Ja, kann man eigentlich nicht meckern. Es ist noch schöner, wie das ist, das Plätze spielen. Tore zu schießen ist natürlich nie einfach. Die Liga ist stark und wir müssen uns gegen Gegner erstmal behaupten. Aber so ist es im Pokal und es ist alles möglich und das hat man ja heute wieder gesehen. Im Endeffekt ist es egal, wer die Tore macht und Hauptsache wir gewinnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.